Musik Wir sind hier im Studio von Tobias Liebert Wir sind hier in Orangutan, unser Frittenbuderaum Wir befinden uns hier in den heiligen Hallen der ehemaligen ostdeutschen Rundfunkanstalt Markus Wiebusch ist zu Gast Heute ist zu Gast du Wir sind hier mit Daniel, unserem Trompeter für die Markus Wiebusch Session Wie heißt er? Das böse Besiegen Wir machen mal ein wunderbares Lied Seinen neuesten Song, Nerd, wird er wahrscheinlich heißen Jemand hat auch mal gesagt, ein Schlagzeuger ist erst dann geil, wenn man nicht mehr drauf hört Dann machen wir den Song fertig Okay, die für tausend